Herr Holz an Herrn Lauterbach. Einige Länder, auch Baden-Württemberg, wollen eine erneute Ausrufung der epidemischen Lage. Jetzt habe ich eine Frage von Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herr Holz an Herrn Lauterbach. Einige Länder, auch Baden-Württemberg, wollen eine erneute Ausrufung der epidemischen Lage mit komplettem Instrumentenkasten inklusive Lockdown. Bleibt das eine Option? Ich nehme an, für den Bund verstehe ich jetzt hieraus. Genau, also es gibt hier keine roten Linien.